Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf JuliX. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video soll es so wie jeden Dienstag wieder um die neue Eventwoche in GTA Online gehen. Und heute gibt es eine ganz besondere Eventwoche. Darum Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Vergesst an der Stelle auf gar keinen Fall nochmal ein Abo dazulassen, um wirklich nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mal mit dem Video. Let's go! Zunächst einmal die traurige Nachricht. Wir haben auch heute keinen Jester Classic in GTA Online erhalten. Dafür aber das Independence Day DLC 2018. Und wie immer bekommen wir auch Doppeltgeld und DoppeltRP auf diverse Missionen. Und heute bekommen wir eben Doppeltgeld und DoppeltRP auf alle Verkaufsmissionen von Smugglers Run, dem Biker DLC und auf alle Spezialfrachtverkäufe. Das heißt Leute, wir können auf jeden Fall ziemlich viel Kohle diese Woche machen. Aber nicht nur Geld machen, sondern auch Geld sparen können wir diese Woche. Und zwar bekommen wir 40% Rabatt auf den Liberated in Sovereign, auf die Muskete, auf das Feuerwerkabschussgerät und das Feuerwerk, auf die Independence Day Hupen, auf den patriotischen Reifenqualmen und alle Fallschirmrauchspuren, auf die Stars and Stripes Gesichtsbemalung, auf die Independence Day Kleidung, Frisuren, Masken und Outfits, sowie auf alle Designs für die mobile Kommandozentrale und auf alle MK2-Waffendesigns zum Independence Day. Im weiteren bekommen wir 50% Rabatt auf alle Hangars, Büros, Warenhäuser, Biker, Clubhäuser und die Unternehmen davon und alle Basen. Zudem nochmal 30% Rabatt auf den Adventure mit Renovierungen, des MOC mit Renovierungen, auf den GB200, den X80 Brutto und den Ruinier 2000. Das ist jetzt schon mal alles für alle normalen Spieler in Anführungszeichen. Leute, die sich bereits auf der Gästeliste befinden für das neue DLC in GTA Online, für das Nightlife DLC, bekommen noch weiterhin heute einen orangenen Drahtmodell Bodysuit und nochmal 300.000 GTA-Dollar obendrauf. Außerdem kündigt Rockstar an, dass wir uns zwischen dem 10. und dem 16. Juli, also nächsten Dienstag und dem übernächsten Montag, nochmal anmelden sollen in GTA Online, denn dann bekommen noch einen pinken Drahtmodellanzug und nochmal 100.000 GTA-Dollar geschenkt. Leute, diese Eventwoche ist sehr besonders. Auf jeden Fall solltet ihr euch zum Beispiel die Muskete kaufen, denn diese gibt es nur einmal im Jahr und diese ist extrem krass, ist sogar One-Shot, also auch in Sicht relativ gut, aber sie muss halt ewig lang nachladen. Aber es ist einfach eine hälftige Waffe, die kaum Spieler haben. Außerdem, das Feuerwerkabschussgerät gibt es auch, beziehungsweise gibt es die Munition für auch nur sehr, sehr selten im Jahr. Deswegen, Leute, gönnt euch auf jeden Fall jetzt auch genug Feuerwerk. Und der patriotische Reifenqualm ist eh etwas ganz Besonderes. Das heißt, Leute, knallt euch den auf jeden Fall auf viele Fahrzeuge. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video, beziehungsweise mit der gesamten neuen Eventwoche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um GTA 5 zu verpassen. Und jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag. Bis bald und Peace!